Ich kann mich nur erinnern, wir waren ja Flüchtlinge und sind, die Mutter stammt aus Niederösterreich und unser Vater aus Siebenbürgen und sie haben sich kennengelernt in Petronell und der Vater hat uns dann mitgenommen, meinen älteren Bruder, die Mutter und mich, nach Oberösterreich und wir sind dann gelandet in einem Bauernhof in dem Schüttkasten am Magdalener Berg und dann ist der Vater nachgekommen und hat die Mutter geholt und hat geschaut, dass er irgendwo zu arbeiten beginnen kann und da gibt es ein Gast aus Rangleiten, wo auch dabei war ein Elektrizitätswerk an der Alm, das kaputt war. Der Wirt hat zu unserem Vater gesagt, wenn du das reparieren kannst, dann darfst du eine Baracke da abstehen. Ja, ich habe irgendwo einen Platz gesucht, wo man einen Betrieb errichten könnte. Während ich von Gmunden heimgefahren bin, bin ich über die Rangleiten gefahren, das Gasthof Rangleiten und da hat er gesagt, ja, ich hätte was zum instandsetzen, das niemand hier in der Nähe machen kann mit seinem Stromgenerator. Und das habe ich dann ihm versprochen und habe es gemacht. Und dann hat er mich nicht mehr weggelassen. Und so bin ich dann in Bettenbach geblieben. In Grünau war ja das Endstadium des Krieges und dort ist eine Wehrmachtsbaracke gestanden und diese Baracke hat er dann von dem Sägewerkbesitzer bekommen für die Reparatur des Radios. Und die hat er dann herausgeführt von der Grünau in die Rangleiten und dann ein Stückchen besser ausgebaut. Wir haben dann, da unten war die Werkstätte auf der einen Seite, auf der anderen Seite Küche und Wohnzimmer und im Giebel haben wir geschlafen. Man kann sich das ja gar nicht vorstellen, wenn man die Baracke jetzt sieht, auch ich auf den Fotos. Ich habe das viel, viel größer in Erinnerung, nicht so, wie es jetzt dort ausschaut. Dann sind wir eben von Bettenbach aus der Baracke ausgezogen und umgesiedelt nach Bettenbach mit dem Pferdefuhrwerk. Also vorne zwei Pferde, dann der Leiterwagen und ich kann mich noch erinnern über den Holzkaster. Das ist damals eine unbefestigte Schotterstraße gewesen. Da bin ich hinten am Giebel vom Pferdefuhrwerk gesessen. Das war meine größte Freude, dass ich da nicht selber hinauf gehen musste, sondern die Pferde haben da hinauf gezogen. Ja, das ist so gewesen, nachdem diese Autos ja alle nicht fahren konnten, hat unser Vater gemeint, er muss ein Batterieladegerät erzeugen. Und so hat es mit den Batterieladegeräten angefangen, damit er die Batterien laden kann und die Autos wieder fahren können. Es gab damals ja nur um teures Geld neue Batterien. Und wenn dann ein Auto einmal längere Zeit gestanden ist, dann war die Batterie leer. Dann haben die Leute sie wegschmeißen wollen und so weiter. Da habe ich gesagt, das geht nicht mehr. Ich baue euch ein Gerät, dann hängt ihr das an den Strom an und ladet die Batterien auf. Das hat sich dann herumgesprochen in der ganzen Gegend und dann war ich ausgelastet. Die Batterieladegeräte sind, die ersten sind ja aus Holz, mit einem Holzgehäuse gewesen und er hat eben dann aus einem nicht mehr funktionsfähigen Radioapparat den Trafo ausgebaut, hat dahinter einen Silengleichrichter und das eben in einem Holzgehäuse untergebracht und so konnte man wieder Batterien behelfsmäßig laden. Die Ladegeräte sind dann von ihrer Leistung her am Anfang gering gewesen. Es sind dann eben auch Startgeräte dazugekommen, eben schon größere Geräte und Silengleichrichter für Kinos. Der erste große Kunde, das war das Elektrizitätswerk Wels und auch die Elektrobau Linz. Die haben nur größere Leistungen wollen und mit den höheren Leistungen konnte man dann aber auch fantastisch schweißen, mit Gleichstrom. Wie ich angefangen habe in der Firma, da bin ich ja in Methusalem, 1956 schon als Lehrling, haben wir damals auch sieben oder acht Leute gehabt. Und wie ich dann die Lehre beendet hatte, war die Aufgabe, diese Lohnverrechnungen aufzumachen. Und eben da weiß ich noch, das waren nur acht, dann auf einmal zehn, dann zwanzig und dann haben wir mit dem Vater gesprochen, wenn wir einmal die Firma haben und fünfzig Mitarbeiter haben, bitte. Das ist Schritt für Schritt begonnen worden. So wie die Aufträge für die Geräte, die ich entwickelt hatte, immer mehr wurden, habe ich schon gewusst, ich brauche jetzt nicht zehn Mitarbeiter, sondern ich werde zwanzig Mitarbeiter brauchen. Und dann habe ich statt zwanzig Mitarbeiter wurden es dann dreißig, vierzig und fünfzig, nicht wahr? Und für diese Leute musste ich natürlich größere Produktionsstätten dann aufbauen. Also unser Vater war ja sehr kreativ, aber unsere Mutter hat dann immer dem Geld nachlaufen müssen. Und wenn die nicht so ein gutes Paar gewesen wären, der eine hat verkauft und geschaut, dass diese Sachen unter die Leute kommen, aber unsere Mutter hat dann immer geschaut, dass auch das Geld kommt. Er war sehr schnell in seinem Kopf, im Denken, hat aber nicht die Ausdauer gehabt. Die Ausdauer hat die Mutter gehabt. Also die beiden haben sich da schon sehr gut verstanden. Also ich war ein bisschen vorsichtig. Ich habe immer erst dann gebaut, wenn finanzielle Sicherheit und Reserven vorhanden waren. Und so wie ich etwas mit hundertprozentiger Sicherheit wusste, dass es sich entwickeln wird. Dann habe ich das meiner Frau auch beigebracht und sie gefragt, was sie dazu sagt. Und sie hat zugestimmt. Und dann haben wir gemeinsam diese Ziele verfolgt. Das ist das. Und jetzt habe ich das. Und dann habe ich das. Und dann habe ich das permission. Vielen Dank.